Ja, ich wünsche dir auch frohe Ostern nachträglich, Gusili. Vielleicht könnte ich dich interessieren in ein Spiel der Wissen. Ich habe vor dir eine einfache Aufgabe gestellt. Solche meine Riddeln für die Satisfaktion. Wenn deine Antworten mir interessieren, werde ich dir den Konten von Ihren Chests bestellen. Ich glaube, dass ich deine Augen habe. Wenn das so, mach deinen Platz, und wir beginnen. Krass. So, wartet mal. Ich mache erst mal was. Ach Mist, ich kann nicht speichern. Gut, dass wir den Reisestein gesetzt haben. Was mein Gott? Hast du ihre Ressourcen mit dem Gesicht? Nein? H encourage ich mich. Ich bin ein Magistrat. Der Verdammt hat einen rusty St pensar in dem Spinn. Der Überrat sagt er dir. Ist ja nur ein Magistrat. Was ist das? Ich frage. Unsere Augen sind unsere Anlie, aber oft werden sie verletzt, denn Augen erzählen lieben. Also, ich bedenke, und dann stehe ich anstrahlen. Aber wie werden deine Augen bedenkelen Sie? Ich bin für dich, Arisen. Ich bin für dich, Arisen. Ich bin für dich, Arisen. Oh, das Rätsel ist ganz einfach. Das wichtigste Item, was wir hier in dieser Höhle finden, sollen wir ihr bringen. Schwuppdiwupp. Und die Siegelfiliole müssen wir ihr jetzt bringen, damit ist Rätsel Nummer 1 gelöst. Come to test your wins. Warte mal. Come to test your wins. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door. Ach so, wartet. Ach so geht das, okay. Come to test your wins. Ach so geht das, okay. So, this is your choice. The greatest word your eyes describe. Voll cringe. Der Blick von ihr. Alter. Indeed könnte auch Jack sein. Der sagt auch immer Indeed. No greater worth can there be than that found in simplicity. As promised, I shall bestow upon you a prize. Collect it from your chest and take this file too. Its purpose I shan't diverge. How you use it is up to you. Okay. Rätsel Nummer 2. How you do. I will be in trouble. Find the name Sings Father. Me of my Lord. Come to see me. I will be in trouble. I will be in trouble. You won't be in trouble. In trouble. I will be in trouble. Zwingst Mother oder aber auch Zwingst Errand haben. Und ihr braucht unbedingt und ganz spezifisch einen Vasallen namens Zwingst Errand. Also markiert euch die... Ich bin attentiv und loyal und preferr zu bleiben bei deinem Seite. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. A troubling rumor has reached my ears, and Mead thinks I ought to share it with you. It is said there is an illness, force can contract beyond the rift, that inf- Six unspeakable harm on those around him. Come to test your wits. The parent knows the child. I am a lost child, so bring to me my parent, that I might better learn. And you claim this to be the parent I seek. Indeed, you are correct. Yes! You have proven your wits, and so I shall bestow upon you a prize. Collected from your chest at your leisure. Outstanding! 1.200 riftsteiner, only. 1.200 riftsteiner, only. Come to test your wits. Life is an enigma. A lender of... ...of... ...of... und schallenge Nimbly-Mett. So grant to me what you most prize and thence elude your ponderous demise. Huh? You may hear my riddles as oft as you please. Come to test your wits. Life is an enigma, a lender of mortal debt. Yet lighter pack makes fleet of foot and challenged Nimbly-Mett. ... ... ... ... Als nächstes möchte ich das Rätsel der Überzeugung nötigen. Okay. So grant to me what you most prize and thence elude your ponderous demise. So this is your prized possession, a most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may never be returned? Die ist so cringe man. Well, very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward me thinks. Why don't you take a peek in your chest? Lol, ich hab ihn wieder bekommen. Come to test your ways. Love is as twin to Magnus, they say. They are bound fast as night is today. So bring forth your most beloved to me, that I might gauge the depth of your insanity. Oh! 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 Okay. Oh! Okay. Was ist das? Well, well. Very good. Thank you very much. Not half bad. Yet only one you bring. I thought you capable of war. Ja. Das ist richtig geil ein PC. Aber übelst dicke Titten, man. Und so I shall open for you a chest. Trudy? Nice. Noch ein Zielkristall bekommen. So, warte mal. Vier haben wir gelöst. Ist noch eins open. Ja. Ja, Digger. Dass die Antwort von dir kam, mal so klar war. Jawohl. Ja, haut's raus. Oh, oh, oh. Vielleicht kommt's. Ob ich noch weiß, Alter? Wo ich meine, äh, erste, äh, super Medaille gefunden hab. What the fuck? Come to test your wits. It's ever the first we keep fond in our breast. und immer die erste, die eclipsen die anderen. Du kennst die Seeker's Tokens, ich信. Du kennst die Seeker's Tokens. Aber wo ist es, dass du den ersten Seeker hast? Träte deine Schritte, wenn du kannst. Du kannst du eine neue Erkrankung machen. 7 Tage, sagen wir, und du zurück. Du kannst deine Seeker sein. Oha! Ja, ich hab'se! Yes, Mom! Der wollte für eine Übernachtung fast 10.000 Goldmann. Na ja gut, aufgerundet waren es 10.000. Auch bei deinem Handy. Der wollte für einmal übernachten, Alter, 10k. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ey, so macht der das noch einmal. Dann batze ich den Löwen fressen und fallen ins Maul, Alter. Dann kann er nur noch Alten fressen wie der Walhai, wenn ich mit dem fertig bin. Wenn du den Tag kommst, dass du dich selbst schaffst, würdest du dir selbst schaffst, würdest du gerne auf dieses Mural für Wissen schaffst. Was in der Welt warst du, wenn du mich in diesem Ort schaffst? Was in der Welt warst du, wenn du mich in diesem Ort schaffst? Ich bin ein Moment. Gut, 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 sehr gut. Gut, 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 die Amphora hat sich in der Tat gelegt. Ich habe nicht gedacht, dass du es in dir hast. Ich hoffe, dass du dein Verzweigst. Du solltest du deinem Wunsch annehmen. Outstanding! Okay. Gelöst. So, warte mal. Eins. Zwei sind. Und davor waren es fünf. Also sieben. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ich hoffe es reicht dir. Sieben. Hey. Wo will die hin? Stapelmeister hier. Sieben. 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 Ich bin nicht mehr nicht mehr. Damit sie, haben wir jetzt Nummer acht gelöst. Gebet. oh verhängnis pfeil wenn es doch mal zwei alleine sie kriegt doch alle zwei zentimeter anweisungen und hilfe da muss gelangen und da musst du dann das und das und das musst du so machen ja natürlich deswegen ich bin ja nicht blöd ich krieg sowas mit warum kommt die nicht bei mir auf dem warte schrieb die gibt doch die kranke für die warst du schon bei ihr oben ja da war sie bei mir auch nicht und dann musste ich erst mal diese quest machen da musste ich erst mal zu ihrem torm da dann mit ihr quatschen da dann das portal nutzen astel platt machen mit der kleinen rani puppe quatschen wieder zurück und dann habe ich es bekommen ich versuche das nicht die klopfe an dabei ist ja ich habe gelesen da kann sie vielleicht gar nicht an der seite hoch in der tafel feste mit dem zwilling wo du die klangpern geben kannst die klopfe an jürgen kann ich verstehen alles so wie es an der Fall wäre es auch nicht mehr so richtig das wurde auch geschwächt mit dem großen jenner Ich will definitiv umstehen, also. Ich will doch die Pace tun, also die spitze ich irgendwie verarsch. Die spitze ich wirklich verarsch. Die spitze ich. So, Kameradbunen fliegen. Arrivederci. Und fertig ist die Quest. Weiß gar nicht, wie man die Quest der Swings verkacken kann, dass es so was von easy. Warum hat sich schon gleich jemand verkackt? Ja. Okay. Was? Na ja, okay, wir sind dann bei den Swings. Wollen wir helfen? Hm, die scheint jetzt wirklich die Dings zu sein. Ich weiß nicht, dass die vielleicht gar nicht mehr da ist, weil ich den ersten Boss gekillt habe. Ja, ich darf nur kurz wegen der Klocke. So, fünf Rätsel zuvor. Und hier sind es jetzt drei und acht. Also acht so eine Manic-Kicons. So eine Mini-Swings. Easy peasy. One. Number two. Number two. Number three. Das war ein geiles Lied. Was? Wollen wir nicht ausrüsten? Die Glocke? Nee, die müssen wir nicht ausrüsten. Nee, eigentlich nicht. No. Number four. Nummer fünf. Oh ja, jetzt kann ich so gut ausrüsten. Sechs. Ey, nicht abhauen. Schönen. Schön da bleiben. So, Nummer sechs war ich. Ja, Nummer sieben. Ach, come on. Hehehe. Sieben. Nummer acht. Ja. Ja. Doch, die chemistry haben. So, das ist eigentlich nicht wichtig. Schönen Sieben. Und die richtig ist. Die altro. Schönen Sieben. Ich verstehe. Natürlich nicht weg. Ihr könntest du ein Gelegen. Das war bestimmt wichtig. Die Waffen der Koffelsch. Nicht für den kann man keine Alten benutzen. Das passt sehr ruhig, oder? Kann man nicht? Ja, das stimmt. Das stimmt. So vast is this world indeed, in the good all these differences so great Is this the man I solved? Truly, you are satisfied with your answer. Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the best pluck you have, And with that, our gang, I shall now take my leave of you. Not bad. That's her. I can't say that I've got... Yes! I have it. Thank you. Thank you. I can't say that. 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 auch da hoch, du Asikon.